Ja, wie lang noch? Ja, komm. Bisschen B2 Bäumen. Ja, klar. Anders ist ja langweilig. Ja, klar. Ja, klar. Das ist nicht so gut, wie du da bist. Stand des Tages. War das eine Aufmutterung oder was? Hört los auf, du Mist. Gleich ist er kaputt. Gleich ist er kaputt. Denk an den Busch da vorne. Du hast heute schon eins zerstört, Heinrich. Lass es. Toll, ne? Die macht schon Spaß, ne? Die ist genial. Meiner Meinung nach das beste Wasserflugzeugmodell, was es gibt. Ich glaube auch. Und das hat ja die der Wanne gemacht, ne? Der hat aber auch lange dran entwickelt. Ich meine, der hat ja erst die kleinen Räder gehabt. Ja, ja. Dann hat er ja eine 2 Meter gebaut. Aber der hat es auch drauf, ne? Ja, der hat es echt drauf, der Junge. 100 Euro, ne? Ohne alles. Genau, ohne alles. Lohnt sich aber. Ja. Der Rest kostet wahrscheinlich... Das geht. Also die Motoren sind Hobbyking. Die kosten ein Stück 15 Euro, glaube ich. Echt nur? Ja. Dann sind hier zwei preiswerte Hobbywingregler drin für ein Stück 15 Euro. Ich glaube, den hole ich mir auch. Also du kriegst den für 200 Euro zum Fliegen? Dann hole ich ihn mir. Sollen wir einen schicken? Oder mitbringen? Sollen wir einen schicken? Dann haben wir gar nichts. Jetzt geht es wieder besser. Ich baue die genauso wie erst im Ziel. Mit den Motoren und allem, da kriegt die perfekt mit. Mhm. Das war eine ganz große hat er gar nicht dabei gehabt. Diese mit den Alustäben zwischen den Flächen. Oder was war das? Mit der Beleuchtung innen drin, ne? Nee, der hat er nicht dabei gehabt. Ja, der war jetzt auch nur kurz hier. Ja, ja, ja. Das macht ganz Spaß, ne? Ja. Das kannst du auch nicht sehr gut machen. Ja, das ist das so. Ja, geil. Das nimmt mich jetzt auch in der Beine. Ja. Ja. Ich bin jetzt nur auf dem kleinen, auf dem Strafbretter und auf dem Rand oben, ne? Du musst aber dabei ein bisschen drücken, weil sonst hiebst du dir ab. Ja. 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 Und mit der, ich habe ja auch die differenzierte Motorsteuerung mit drin, die schalte ich auch gar nicht aus im Flug. Welche Zirk, ne? Ja. Das weiß ich nicht, ungefähr. Fangen wir auf, du kannst das Ding jetzt quasi mit dem Teller drehen, ne? Ja, ja. Ja, ja. Das geht doch nicht schnell ab, das Ding. Das geht doch nicht. Du kannst ja von der Leinreie, oder? Ja. Wenn man auch so rumfuhren würde, zacken würde. Ja. Das ist Vollburg, darum ändert sich das Wetter. Ja. Das wäre... Ja. 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 Das wäre aber meistens ziemlich besser. Schön, Herr Röntgen. Nein, war nicht schön. Das ist doch besser. Ah, das soll doch das immer so. Ostweig, sagt, auf die ziehe, ne? Wir haben ein kleines Gesicht. Aber ich rufe Zähler, die lassen die ja lange laufen, der macht ja gerade den Froster dran. Los, wir haben die Flächen dran und ab. Die kommen zu weisen, muss ich gerne mit den Torsten. Nichts für den Ressler. Heidrich, ich muss nach Hause was essen und sterbe ich. Macht's gut, ne? Bis morgen. Moin. Weißt du, ob die gut ist, was? Nö. Die rennen, ich hab keine Zeit mehr, der ist ja schlimmer. Totaler Freizeitstreck. Hier ist anständig wie Arbeit. Vielleicht wäre das gedacht, ja. Ja, aber da kommt's nur eins, ja. Da bauen sie dann hin, hier hin und Milchspot. Die blöden Fragen manche Leute haben, das gibt's dann. Wenn sie �ennen, dann gehen nicht an lui! Schon nicht mehr so. Ich bin neLE heads. Hier haben sie. Frei Sachen in der WИPA-T Romre. W нем würde zu�적 haben. Ich würde nicht mehr